Hallo und Servus beim Unnako Deluxe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt am Happy Monday. Ja, montags gibt es hier auf dem Channel tolle Gewinne und dieses Mal gleich vier. Ihr solltet das auf gar keinen Fall verpassen, denn diese vier DVD-Sets beschreiben München schon vor Jahrzehnten, wie es jetzt auch noch ist. Mit Kiroial über die Bussi-Bussis, irgendwo und sowieso, Münchner Geschichten und natürlich der absolute Klassiker und die Stil-Ikone Monaco-Pflanze. Ihr könnt die ganz einfach gewinnen, indem ihr in die Kommentare hineinschreibt, welche DVD-Sets ihr gewinnen wollt und bitte vergesst nicht zu abonnieren, denn das ist natürlich ein Abonnenten-Special. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Was ist in München bei einer Grand Opening eines Restaurants wertvoller als ein Lottosexer? Ein Sitzplatz-Checkport! St Gangs